Musik Gemeinsam gehen wir der Frage nach, inwieweit sich die Jahreszeiten durch den Klimawandel verändert haben und ob das Ganze jetzt gut ist oder schlecht für die Natur, aber auch uns Menschen. Der Frühling arbeitet sich schon immer von Süden nach Norden vor und setzt schon seit Jahrzehnten früher ein. Deshalb fragen wir uns, heißt der Winterschlaf bald Frühlingsschlaf? Die jahreszeitlich typischen Winde wachsen durch die Klimaveränderungen immer mehr zu Starkstürmen oder auch Orkanen an, welche bis in den Winter anhalten können. Bereits an Silvester hat der Winter seinen Höhepunkt erreicht. Das bringt den Rhythmus von Pflanzen und Tieren durcheinander. Die milden Winter stellen allerdings auch eine Gefahr für die Zivilisation dar. Ab und zu spielt die Natur verrückt und gelegentlich geht sie auch mal steigen. Hey, ich klappe!